Energie sparendes Bauen ist heute eine Selbstverständlichkeit. Von der Fassade über die Fenster bis zum Dach. Doch genau hier klafft eine letzte Lücke. Die offene Entlüftung der Schmutzwasserfallleitung. Diese gewährleistet, dass etwa beim Spülen von WCs kein Unterdruck entsteht und die Siphons leer gesaugt werden. Die Folge der offenen Entlüftung sind konstante Wärmeverluste über das Abwassersystem. Das innovative Geberit-Energierückhalteventil ERV löst dieses Problem. Dank des patentierten magnetischen Membransystems öffnet es sich nur dann, wenn ein Druckausgleich erforderlich ist. Wenn kein Abwasser fließt, werden Energieverluste durch geschlossene Membrane verhindert. Bei Unterdruck öffnen sich diese und Luft strömt ins System. Hoher Überdruck aus der Kanalisation wird ebenfalls durch Öffnung der Membrane ausgeglichen. Das Geberit-Energierückhalteventil ERV ist nachträglich aufsteckbar. Wartungsfrei, frostsicher, amortisiert sich schnell und verhindert darüber hinaus unangenehme Gerüche auf dem Dach. Geberit-Energierückhalteventil ERV – der gute Abschluss für die Energiebilanz.